Wir sind das katzenfreundliche Fachzentrum für Kleintiermedizin am Chemnitz Center, welches im November 2020 neu eröffnet hat. Bereits bei dem Bau des Fachzentrums wurde darauf geachtet, dass man eine möglichst ruhige Atmosphäre für unsere Samtfoten schafft. Unsere Auszubildenden stellen heute die Besonderheiten für Katzenpatienten vor. Ich bin Leonie, 19 Jahre alt und führe seit 2021 meine Ausbildung im Fachzentrum für Kleintiermedizin am Chemnitz Center fort. Ich bin Laura, 21 Jahre alt und habe 2020 die Ausbildung hier im Fachzentrum für Kleintiermedizin am Chemnitz Center begonnen. An der Anmeldung sind erhöhte Abstellmöglichkeiten für die Katzenboxer vorzufinden, welche verhindern, dass Hunde daran schnüffeln können. Ebenso wird eine mit Sealyway Classic besprühte Decke angeboten, welche über den Katzenkorb gelegt werden kann. In unserem separierten Katzenwartezimmer können Besitzer und Patient bis zur Behandlung zur Ruhe kommen. Angekommen im speziell eingerichteten Behandlungszimmer nur für Katzen dürfen sich ihre Samtfoten frei bewegen, um sich zu akklimatisieren. Damit sich unsere Patienten bestmöglich erholen, hat eine qualitative, allumfassende Therapie in dem Fachzentrum für Kleintiermedizin am Chemnitz Center höchste Priorität. Zwangsmaßnahmen wie den Nackengriff lehnen wir ab. Stattdessen konzentrieren wir uns auf zeitgemäße Soft Skills, die auch langfristig eine angenehme Zusammenarbeit mit den Katzen ermöglichen. Dazu gehört auch, dass im Haus befindliche Tiertherapiezentrum mit dessen Unterstützung es uns möglich ist, Katzen wieder zurück in den Alltag zu helfen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.wett-chemnitz.de Musik Musik